Hallo, ja, jetzt mal wieder einen Vlog von mir. In letzter Zeit gab es wieder, gab es ja so viele Videos und ich habe mir übrigens gestern, wo ich duschen wollte, nach zwei Flachenzöpfe gemacht, also da unten so, hinten so ganz normal Ohr geflachten, drum ist da oben glatt und unten, aber ja, hat mal wieder Bock dazu. Alexa, was ist heute für ein Datum? Heute ist Mittwoch, 22. Juli 2020. Okay, ähm, ja, heute ist Mittwoch, 23, 22, 22. Juli und wir haben es 12.04 Uhr. Demnächst können wir dann wieder zwei, ähm, Zimmer, Projektzimmervideos, denn, ähm, ich habe jetzt das Geld beieinander für meine Couch und fürs Kastel. Oh mein Gott, ähm, die Schuhe, also, ähm, die Zeit ist so schnell vergangen, meine Schwester wird so schnell groß. Ich werde auch vielleicht, ähm, am Ende des Videos, werde ich auch vom Milo-Vlog, ähm, habe ich nämlich, wo ich jetzt auch gehabt habe, wo mein Dad unterwegs war und so, so viele super schöne, süße Bilder gemacht und die, die mir am meisten davon alle gefallen. Werde ich euch eben in dem Vlog auch nochmal bezogen, ähm, wenn mir aber die alle gerade gut gefallen, werde ich über mehrere Videos, jetzt Vlogs oder so verteilen, dass ihr zum Schluss die Bilder seht, weil mir das einfach irgendwie wichtig ist, weil das sind so nette Bilder. Aber ich werde auch auf jeden Fall ein Bild zum Schluss eingetoren, am Ende dieses Videos, wo ihr jetzt am Zeitstag von der Volksschule, ähm, meine Schwester fotografiert habt, was sie angrappert und so. Und das sieht sich so erwachsen aus, also was heißt erwachsen, das sieht sich so viel älter aus und da merkt man erstmal richtig, wie verdammt schnell die jetzt gewachsen ist und groß geworden ist und das ist so Wahnsinn. Ähm, jetzt haben wir es 14.45 Uhr, ähm, ich bin da mal arbeiten, mit meinem Laptop, ähm, schaut unbedingt auf dem Kanal von meiner Schwester vorbei, ähm, da gibt es ein neues Video, ähm, und zwar haben wir eine Challenge gedreht wieder, ähm, und ihr Kanal steht wie immer unten in der Infobox, also, da steht alles Wichtige, also sprich, ähm, jedes, also die Links zu die, die Lieder, die immer meine Videos benutzt, ähm, stehen unten, Kamera, Schneidprogramm, äh, Thumbnail-Maker sogar, ähm, also da, wo ich meine Thumbnails immer mache, und, ähm, halt, ja, wie gesagt, die wichtigen, also, Sachen stehen immer unten in der Infobox und da steht dann ganz zum Schluss immer ihr Kanal dabei, ähm, und bei ihren Videos steht da immer ganz zum Schluss mein Kanal dabei, also, ja. So, jetzt ist es 16.32 Uhr, also halb fünf, ähm, ich bin jetzt mit dem Arbeiten fertig, ähm, ja, Gott sei Dank, muss ich sagen, ähm, war ziemlich nervig, ähm, ich zeige euch, was ich angelegt habe, denn da ich ja keinen Schreibtisch mehr zum Arbeiten habe, habe ich jetzt momentan in dem Fach, weil die sind ja alle leer, und da ist jetzt halt dabei meine Lichterkette, die hängen dann erst auf, wenn meine Couch steht, ähm, ja, und meine Beats, die habe ich von meinen Brüdern letztes Jahr zu Weihnachten gekriegt, und sie haben nicht genau gewusst, ob das jetzt, äh, das Richtige ist, was sie mir gegeben haben, habe ich gesagt, dass, wo ich es gesehen habe, habe ich gesagt, das hat sich genau richtig getroffen, denn meine, die immer kaputt haben, sind hingewohnt, und, ja, aber die waren auch schon voll alt, die, echt alt, haben aber immer noch gut funktioniert, also, wow, das ist das absolut geilste Geschenk der Welt, und, ähm, die habe ich immer in der Schachtel verpackt, also, ich tue sie da immer wieder ein, damit sie schon geschützt bleiben, und da steht immer mein Laptop, und die Schachtel eigentlich vom Laptop schmeiße ich jetzt demnächst weg, weil ich jetzt was habe, wo ich das Laptop immer benutzen kann, kann erinnern, aber jetzt wollt ihr nicht, und in das Kabel habe ich eigentlich alle Kabeln ein, was das Laptop betrifft, also, beziehungsweise, das hat jetzt nichts mit Laptop, das hat jetzt nichts mit Laptop zu tun, aber, also, nicht ganz, aber es hat auch mit der Kamera, weil das kann ich gut benutzen, wenn ich die Kamera aufladen will, dann, ähm, ist das das Kabel vom Mikrofon, dann habe ich da noch ein USB-Stick, also alles, was mit PC zu tun hat, dann ist da noch drin, ist die Maus vom Laptop, ähm, das Ladekabel vom Laptop, und da noch so ein Teil wieder für den USB-Stick, wo ich die Speicherkarte immer eingetue, weil das war da dabei, habe ich alle da drin, und meine Kamera, und da habe ich jetzt sozusagen den ganzen elektronischen Gram verstaut. Wir haben es jetzt 22.41 Uhr, ups, sorry, dass ich mich in halben Tagen gar nicht mehr gemeldet habe, aber, ja, war dann noch mit Arbeit beschäftigt, dann mit schauen, also, einmal zum Prime schauen, und danach, und dann war man noch kurz irgendwo unterwegs, und danach habe ich weitergeschaut, Abendessen und ja, damit ist heute Ende im Gelände, und, ja, guten Morgen, beziehungsweise schönen Vormittag, wir haben es heute Donnerstag, 23. Juli, und es ist jetzt 10.28 Uhr, und, ähm, ja, ich habe mich gestern dann nicht mehr gemeldet, aber ich habe auch am Abend gesagt, gerade, ähm, dass, ja, jetzt nichts mehr sein wird, und, darum haben wir immer gedacht, filmen wir dann heute für euch nochmal ein bisschen. Hallo! Es ist jetzt 14.10 Uhr, wir müssen zwar jetzt gehen, denn, wir gehen jetzt axtams schwimmen! Spontane, äh, Idee gewesen heute, und wir wollten früher gehen, Mittag, aber jetzt wurde es doch zwar, aber jetzt gehen wir sofort, denn um 25 Uhr kommt der Bus, und, wir haben eigentlich soweit alles, jetzt noch schnell die Coco einpacken, mit Akku, und dann geht's los! Tschüss! Tschau! Welche Minute? Hm. Ja! Oh mein Gott, jetzt ist es richtig vor! Machst du noch los! Hm, mal kannst du noch einmal einigen. Das war's. Bereit? 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 Das war's für heute. Jetzt springen! Jetzt springen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt ist es 22.07 Uhr. Wir waren ja schwimmen. So ganz spontan. Es war eine richtige spontane Entscheidung. Und wollte eigentlich nichts weiter tun, als wir jetzt den Vlog zu beenden. Und hoffe, euch hat er gefallen. Und danke fürs Einschalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und wünsche euch noch gute Nacht. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.